Und damit zum Thema. Wir wollen reden über das Thema, wir wollen behandeln die Frage, beantworten die Frage, ob denn unsere Demokratie in Gefahr ist. Der Anlass sind die Wahlen, die in diesem Jahr teils schon stattgefunden haben, zum überwiegenden Teil aber erst noch im Herbst in Gestalt der Landtagswahlen stattfinden werden. Und wichtig sind die Wahlen sehr wohl, aber noch wichtiger ist der Kontext. Und folglich werde ich von den Wahlen zwar reden, aber noch mehr reden von dem Kontext, in dem man erörtert, ob unsere Demokratie in Gefahr sein könnte. Und natürlich ist es in Deutschland so, dass wir sehr sensibel sind bei der Beobachtung möglicher Gefahren für unsere Demokratie, dass wir wachsam sind. Immerhin ist die Weimarer Demokratie mit schrecklichen Folgen für unser Land und für dessen Nachbarn einst in Gefahr geraten und dann durch eine Diktatur abgelöst worden. So was wollen wir nie wieder und deswegen sind wir achtsam. Derzeit werden die folgenden Gefährdungen unserer Demokratie angeführt, die ich allesamt für nicht ganz verkehrt, aber für oberflächlich halte und deswegen anschließend in die Tiefe gehen will. Es finden in diesem Jahr im Osten Deutschlands drei Landtagswahlen statt, Thüringen, Brandenburg und Sachsen. Und bei diesen Landtagswahlen wird, wenn nichts Außergewöhnliches geschieht, die AfD wohl zur stärksten Partei werden, wie sie das ja schon bei der Europawahl in Ostdeutschland geworden ist. Und das verändert natürlich manches im parlamentarischen Betrieb. Es wird so kommen, wie ich es beschrieben habe, obwohl die AfD in Thüringen und in Sachsen vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde und in Brandenburg immerhin als Verdachtsfall geführt wird. Man hat gehofft, dass eine solche Einstufung die Leute so erschreckt, so verstört, so beschämt, dass künftig niemand mehr sein Kreuz bei einer so etikettierten Partei setzt. All diese Hoffnungen waren, Klammer auf, wie es absehbar gewesen ist, Klammer zu, vergeblich. Deshalb wird jetzt im äußersten Fall befürchtet, von manchen ernsthaft, von manchen in derzeit üblicher Hysterie, befürchtet wird für den äußersten Fall die Errichtung von diktatorischen Strukturen in ostdeutschen Bundesländern durch AfD-Regierungsmitglieder. Und falls es nicht zum schlimmsten Fall kommt, wird zumindest für den Normalfall erwartet, eine schwierige Regierungsbildung samt instabilen politischen Verhältnissen, die dann ihrerseits die politischen Extreme nähren dürften und insbesondere auch die AfD mit weiteren Stabilisierungen oder Zuwächsen versehen würden. Zugleich haben wir gesehen, dass seit Beginn des Jahres Tausende, angeblich Hunderttausende, aber Zehntausende waren es schon, immer wieder gegen den Rechtspopulismus, gegen Rechtsextremismus, kurz gegen Rechts demonstriert haben. Davon wurde im Januar die Hoffnung abgeleitet, dass diese Demonstrationen, bei denen die Mitte der Gesellschaft aufstünde, doch nun wirklich das damals AfD-freundliche Klima, das sich bei Umfragen zeigte, vertreiben würden. Tatsächlich hat die AfD dann etliche Stimmenprozente bei den folgenden Umfragen verloren und auch bei der Europawahl längst nicht so gut abgeschnitten, wie es erhofft worden ist. Aber das hatte als kurzfristiger Effekt mit ihrem sehr wenig für nicht Parteigänger attraktiven Spitzenkandidaten Maximilian K. zu tun, der dann auch aus dem Verkehr gezogen wurde, aber der Schaden war dann schon da und hatte ganz wesentlich damit zu tun, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht inzwischen auf dem politischen Angebotsmarkt ist, welches all denen eine Alternative zum Wählen der AfD anbietet, die eines Teils die bisherige Migrationspolitik nicht fortgesetzt haben wollen und die anderen Teils den etablierten Parteien sagen wollen, mit euch sind wir nicht mehr zufrieden. Deswegen ist dann die AfD an Stimmenzahlen, an Zustimmung zurückgegangen, aber auch nicht sonderlich weit. In Ostdeutschland ist sie nach wie vor oder ist sie überhaupt die stärkste Partei. Obendrein haben viele inzwischen sich zur Ansicht durchgerungen, dass es diese neue Wansi-Konferenz zum erneuten Holocaust oder Abschiebung von deutschen Staatsangehörigen mit der falschen Hautfarbe, dass diese Wansi-Konferenz in dieser Art gar nicht stattgefunden hat, sondern dass hier eine mediale Inszenierung vorgenommen worden ist, die dann Protestaktionen, Demonstrationen initiiert hat, die, wenn ich das ein wenig flapsig und für katholische Ohren im Grunde nur verständlich sage, die im Grunde Bittgängern, Flurumzügen gleichen, wo man, weil man sich sonst wie keinen Rat mehr weiß, die Gottheiten und Beistand gegen die Widrigkeiten des Wetters, des Lebens und in diesem Falle auch der Politik bittet. Und obendrein haben wir erlebt, dass in den Wahlkämpfen zu den Europawahlen und zu manchen Kommunalwahlen in Thüringen, dass es bei diesen Wahlkämpfen zu gewalttätigen Zwischenfällen gekommen ist, bei denen Politiker bedrängt, ja zum Teil sogar tätig angegriffen worden sind. Und das alles sind Symptome für eine politische Lage, in der unsere Demokratie tatsächlich nicht so selbstverständlich rund läuft, wie wir das jahrzehntelang zu unser aller Vorteil gewohnt waren. Aber das alles, meine ich, muss man begreifen als Symptome von wesentlich tiefer liegenden Ursachen. Und die tiefer liegenden Ursachen müssen uns Anlass geben, unsere Sorge um unsere Demokratie zu einer Unterscheidung von Dingen, vor denen man wirklich Angst haben muss und solchen, vor denen es, Platon zitierend, keine Angst zu haben gilt. Und dann kann man auch abschätzen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um unsere bewährte Demokratie weiter zu sichern. Also die tieferen Ursachen für die von mir beschriebenen Symptome, für die Empfindung von Bedrohungen unserer Demokratie scheinen mir andere zu sein. Und mir scheint ferner, dass das Ignorieren oder gar Bestreiten dieser tiefer liegenden Ursachen, aus welchen Gründen auch immer, tatsächlich der tiefste Grund dafür ist, warum die bewährten politischen Kampfmittel in der Auseinandersetzung mit der AfD, wie Kritik an Narzissmus und Rassismus oder wie Abgrenzung und Ausgrenzung von politisch unerwünschten Bewegungen, warum diese bewährten Kampfmitteln gegen die AfD offensichtlich nichts ausgerichtet haben. Sprechen wir also von den tieferen Ursachen, derenetwegen man sich schon einige besorgte Gedanken um unsere Demokratie machen sollte. Da ist zum einen der seit langer, langer, langer Zeit gehegte Verantwortungsimperialismus unseres Staates. Verantwortungsimperialismus meint, wenn es ein Problem gibt, werden wir als Staat in der Lage sein, das Problem zu lösen. Wir verändern die Gesetze oder wir nehmen Geld in die Hand und dann verschwinden die Probleme. Das scheitert aber wie jeder Imperialismus. Man kann die Wirklichkeit nicht nach Lust und Laune und schon gar in kurzen Fristen umgestalten. Und folglich hat sich eingestellt zunächst das, was man nennen kann, eine Politikillusion. Illusionen können etwas bewirken, was sie gar nicht bewirken kann. Und anschließend hat man gemerkt, dass viele Probleme wie soziale Gerechtigkeit, Rentensicherheit, Wirtschaftswachstum oder das Beenden der Wirtschaftstrangulation oder der Bildungsverfall in unserem Land eben trotz allen politischen Verantwortungsimperialismus von der Politik eben nicht bewältigt worden sind. Und das verdrießt dann viele und sät Misstrauen in die Rationalität und die Leistungsfähigkeit des Staatswesens, welches ja bei uns, Gottlob, ein demokratisches ist. Schlimmer noch, vieles an etablierter Politik, die lange Zeit auch als alternativlos ausgegeben oder zumindest empfunden worden ist, vieles an etablierter Politik ist in den letzten Jahren ganz offenkundig in seinen Grenznutzenbereich geraten. Grenznutzenbereich ist ein ökonomischer Begriff. Irgendwann erlöst man durch mehr Investitionen nicht mehr so viel an Rendite, dass sich die Investitionen lohnen würden. Da muss man ein bestimmtes Investitionsverhalten einstellen. Das nennt sich Grenznutzenbereich. Und viele Politik ist auch in Sackgassen geraten. Ich verweise nur auf die Sicherheitspolitik. Wir streichen die Friedensdividende ein, nutzen die Bundeswehr zum Sparen, machen eine wertbasierte Außenpolitik. Und dann wird die Welt um uns herum, was denn, Friedenbringern, Freudebringern, Eierkuchen bescheren. Das alles ist im Fall von Russland und der Ukraine eindeutig nicht so gekommen. Ähnlich bei der Energiepolitik. Unsere Umstellung auf erneuerbare Energien würde keinen Bürger mehr kosten als eine Eiskugel im Jahr. Naja, der gute Trittin konnte damals noch nichts vom Krieg Russlands gegen die Ukraine wissen. Aber auch ohne den Krieg ist es alles wesentlich teurer geworden. Oder die Klimapolitik. Wir werden das Erdklima retten, weil wir 2035 der erste klimaneutrale, wo es immer das heißen will, Kontinent sein werden. Und Deutschland zieht die anderen mit. Naja, all das hat so nicht funktioniert, wird aber dennoch weitergeführt oder zumindest heimgelassen. Obendrein und an dieser Stelle kommt die Brisanz auf und jenes Feuer auf, welches den Aufschwung der AfD in die höheren politischen Gefinde befördert hat. Viele merken, dass unser Sozialstaat nicht nur allmählich überfordert ist, sondern dass er mehr und mehr überfordert wird durch die seit zehn Jahren hingenommene, selbstermächtigte Einwanderung in den Sozialstaat, die ja weitgehend eine Einwanderung in unsere sozialen Sicherungssysteme ist. Und seitdem die Zahl von ungefähr 50 Milliarden Euro im Umlauf ist, welche uns Migranten pro Jahr kosten, ist es nur noch schwer, den Leuten zu vermitteln, dass sie auf gar keinen Fall eine Verbindung zwischen den Kosten der Migration und Sparmaßnahmen in anderen Bereichen machen dürften. Ganz im Gegenteil, das Migrationsthema ist inzwischen das zentrale innenpolitische Thema und nicht einmal die Grünen können es mehr unter dem Deckel halten. Ja, sie sprechen inzwischen sogar mitunter selbst davon. Und damit geht einher, die Verringerung der öffentlichen Sicherheit, dass was lange Zeit Einzelvorkommnisse waren, dass halt irgendein psychisch überforderter Migrant mit dem Messer auf andere losgeht, was man alles dadurch lösen könnte, wenn man sich mehr um die Integration von Migrantern bemühen würde, das wird inzwischen weithin wahrgenommen als eine tatsächliche Verringerung der öffentlichen Sicherheit in unserem Lande. Und auch die zunehmend hoffnungslose Lage in unserem Schulsystem ist inzwischen weitgehend Gesprächsgegenstand, hoffnungslos deswegen, weil in Schulklassen, in denen ein gemeinsamer, nämlich in einer gemeinsamen Sprache durchgeführter Unterricht nicht mehr möglich ist, weil dann natürlich nach der vierten Klasse auch nicht jene Erkenntnisse da sind, die man nach einigen Jahren Grundschulbesuchs erwarten würde und die dann überhaupt erst befähigen würden zu jener höheren Bildung, die wir nun freilich brauchen, wenn wir unseren einzigen Rohstoff, nämlich Können, Bildung, Wissen, pflegen und weiter fördern wollen. Obendrein, und das tangiert nun wirklich das Vertrauen in Demokratie, obendrein wird immer mehr Leuten in unserem Land bewusst, dass hier niemals eine ergebnisoffene öffentliche Diskussion über Deutschlands Zuwanderungspolitik geführt worden ist. Das als eine Grundentscheidung, wie wir umgehen wollen, wenn jedes Jahr ein, zwei, drei, vier Großstädte nach Deutschland einwandern. Großstadt ist definiert als eine Stadt mit 100.000 Einwohnern. Jetzt können Sie sich überlegen, wie viele Einwohner denn pro Jahr nach Deutschland hinzukommen. und natürlich Infrastruktur und öffentliche Daseinsvorsorge brauchen, dass also über diese gigantische Umgestaltung unseres Landes niemals eine ergebnisoffene öffentliche Diskussion geführt worden ist. Unter genau diesen Umständen ist inzwischen jede Stimme für die AfD oder sind viele Stimmen für die AfD oder jetzt auch für das Bündnis von Sarah Wagenknecht, sind viele dieser Stimmen zum Ersatz geworden für die jahrelang gerade nicht gegebene Möglichkeit, an einer öffentlichen Diskussion kritisch und folgenreich teilzunehmen, ohne als Rassist und Xenophobe ausgegrenzt zu werden. Oder anders formuliert, jene Wahlen, bei denen die AfD und das BSW inzwischen so stark abschneiden, die sind zu einem gewissen Ausmaß Ersatzvornamen für anderweitig nicht mögliche Volksabstimmungen über Deutschlands Migrationspolitik. Und tatsächlich sehen wir die Migrationspolitik auch in den anderen europäischen Staaten, die eine liberale Politik lange Zeit betrieben haben, als das zentrale innenpolitische Thema in Frankreich mit gigantischen Umwälzungen des politischen Systems und umgekehrt, die Dänen, die sozialdemokratischen Dänen oder die dänischen Sozialdemokraten haben ihre Migrationspolitik weitestgehend umgestellt und machen inzwischen mit die schärfste Migrationspolitik in Europa. Und genau dort ist der Schwung nach rechts ausgeblieben und haben die Sozialdemokraten ihre Machtstellung erhalten können. Also manches ist möglich und das wird auch als möglich wahrgenommen, aber weil die Politik oder die Politikerschaft nicht darauf reagiert und die Dinge weiter treiben lässt, in der Wirklichkeit, nicht bei den Ankündigungen, und deswegen fühlen sich dann viele unserem Gemeinwesen entfremdet. Obendrein kommt spätestens seit der Covid-Zeit bei vielen die Erfahrung hinzu, dass es eine Art von Tyrannei gibt. Tyrannei des politisch korrekten Verhaltens. Du musst dich unbedingt impfen lassen. Ich darf hier dazu sagen, ich bin dreifach geimpft. Also ich habe hier sozusagen keine persönlichen Akzent an dem Fall, aber ich beobachte, was hier geschehen ist und welche Auswirkungen das hat. Also eine Art von Tyrannei des politisch korrekten Verhaltens, auch der politisch korrekten Äußerungsweise. Man darf ja nicht zum Covid-Joten werden, so wie man früher nicht zum Pegid-Joten werden durfte oder zum AfD-Joten, wie es freilich sprachlich nicht ganz so geschickt klingt, wie der Covid-Jot oder Pegid-Jot. Man erlebt Cancel-Culture, selbst bei Dingen, wo sich jeder an den Kopf fasst, da muss eine Biologin in Berlin gecancelt werden, weil sein Vortrag darüber halten wird oder wollte, dass es zwei biologische Geschlechter gäbe. Es gibt die Beobachtung von Versuch der Netzkontrolle und das alles lässt inzwischen, gerade auch angesichts der Erfahrungen mit den politischen Handlungen zu den Covid-Zeiten, das lässt viele unseren Staat als viel weniger freiheitlich und demokratisch erscheinen, als man ihn sich vor zehn Jahren nicht nur vorgestellt hat, sondern als man ihn als funktionierende Demokratie auch noch erlebt hat. Ob die Wahrnehmungen nun stimmen oder nicht, das tut an dieser Stelle wenig zur Sache. Wichtig ist, dass sie da sind und das Kommunikationsverhalten und das öffentliche Verhalten prägen. Im Übrigen führt zu Zweifeln an der Demokratie, Bestandskraft, Funktionsfähigkeit auf beiden politischen Seiten mancherlei. Auf der linken Seite hat man den Eindruck, ja, wir können tun, was wir wollen, der Kampf gegen Rechts ist aussichtslos oder ist zumindest erfolglos. Neulich in Essen war die Aussage der Demonstranten die, wir sind jetzt die Einzigen, die noch den Rechtsextremismus aufhalten können, nachdem die Stadt eingeknickt sind, nachdem die Gerichte nichts tun wollen, nachdem offenkundig sich niemand aufraffen will, ein Verbotsverfahren gegen die AfD anzustrengen, nachdem der Eindruck der ist, dass das Bundesverfassungsgericht ohnehin eine Partei nicht verbieten wird, die in Ostdeutschland von jedem Dritten gewählt wird. Also es ist im Grunde unsere Demokratie fast schon verloren, weil gegen den Rechtsextremismus nichts mehr unternommen werden kann. Und auf der anderen Seite ist die Wahrnehmung die, dass die AfD nicht mit faire Mitteln bekämpft wird, indem man sie und ihre Politiker in öffentlichen Diskussionen stellt, bei denen man über ihre Positionen mit AfDlern und nicht nur im Kreis von Freunden beziehungsweise politischen Gegnern über die AfD Rede führt. Und das führt dann bei manchen zur Frage, ja, warum setzen die sich nicht inhaltlich mit der AfD auseinander? Vielleicht haben sie Angst, dass sie in einem fairen politischen Kampf wohl unterliegen würden. Wenn sich aber erst mal dieser Gedanke eingenistet hat, dann zeitigt er sofort Zweifel, wenn schon nicht am Wert von Demokratie, aber doch Zweifel daran, dass Demokratie in Deutschland redlich praktiziert wird. Und das führt dann zu inneren Kündigungen sowohl von links wie von rechts her. Und dann kommt noch hinzu der Eindruck, der sich immer weiter ausbreitet, dass viele, die in unserem Land politische Verantwortung tragen, mediale Verantwortung tragen, akademische Verantwortung tragen, dass sie diese eben knapp angesprochenen und freilich zugespitzt formulierten Probleme und deren Wirkungszusammenhänge ignorieren. Und deswegen unser System gerade so in den Ruin treiben würden, wie das einst bornierte SED-Politiker und ihre Zuträger Institutionen getan haben. Das ist ein Eindruck, der gerade in Ostdeutschland unglaublich verbreitet und unglaublich dicht ist. Die Wahrnehmung in Ostdeutschland ist, die Westdeutschen sind ja einfach ignorant, weil sie nie einen Systemzusammenbruch erlebt haben. Wir haben ihn erlebt. Wir erinnern uns zum nennenswerten Teil sogar noch persönlich daran. Und im Grunde sind wir in der Lage von damals, wo man den Politikern alles Mögliche sagen kann, wo sie nur die Augen aufmachen müssten, um zu erkennen, was die Stunde geschlagen hat und wo dennoch die Dinge weiter treiben gelassen werden. Da müsste man nun etwas tun. Und schauen Sie, in solchen Lagen gibt es, wie man es in den entsprechenden Forschungszweigen ausfindig gemacht hat, da gibt es im Grunde zwei Reaktionsmöglichkeiten, die auf Neuhochdeutsch, also auf Englisch heißen Voice und Exit. Voice heißt, man thematisiert die Probleme, begehrt auf, protestiert, sodass man es hört. Und die andere Reaktion ist Exit. Man sagt, na macht euren Dreck alleine, man kann eh nichts ändern. Wir schauen, dass wir uns da raushalten und zuschauen und nachdem gerade hinsichtlich von Migrationspolitik und hinsichtlich und nach gut zehn Jahren eines Aufstiegs, fast zehn Jahren eines kontinuierlichen Aufstiegs der AfD, zwar es viel Voice gegeben hat, Proteste, die aber tatsächlich nichts bewirkt haben an Politikveränderungen, haben nun viele zur Reaktion Exit gegriffen und sie haben angefangen, unsere Politikerschaft innerlich zu kündigen, indem sie nicht mehr zur Wahl gehen oder Parteien wählen, welche mit der bestehenden Politikerschaft in ihren eigenen Worten nicht in meinen wohlgemerkt aufräumen wollen oder die mittelbar unserem freiheitlichen System kündigen. Da begeben sich nun viele in eine sarkastische Beobachterrolle und Demokratie lebt nun einmal vom bereitwilligen mitmachen, zumindest einer Minderheit des Staatsvolkes, die auch noch gerne mitmacht. Und weil das so ist, haben wir hier sehr wohl eine mittelfristige Gefahr für unsere Demokratie vorliegen, die in den eingangs beschriebenen Symptomen sichtbar wird, aber nicht aus den Symptomen besteht. Wir haben eingangs gesprochen beim Wahlverhalten von der Spitze des Eisberges oder den Spitzen des Eisberges. Der Eisberg ist das Problem und den muss man ernst nehmen und wie das möglich ist, das werde ich in meinen Schlussbemerkungen sagen. Es gibt aber auch noch die kurzfristigen Gefahren für unsere Demokratie, die eben gerade in unserem Wahljahr 2024 und für das kommende Wahljahr 2025 für viele ein unmittelbarer Anlass versorgen um unsere Demokratie und freiheitliche demokratische Grundordnung sind. Schauen Sie, im schlimmsten Fall kommt es in drei ostdeutschen Landesparlamenten zu absoluten Mehrheiten der AfD. Dann wählt die AfD ihre Spitzenleute ins Amt des Ministerpräsidenten. Und an dieser Stelle fangen manche an zu zittern. Echt? Oder weil das sozusagen sich bei allgemeiner Hysterie aus gruppendynamischen Gründern so anbietet oder erforderlich macht? Aber es kommt das Tröstliche. Auch AfD- Ministerpräsidenten mit absoluter Landtagsmehrheiten ändern nichts daran, dass die Landesverfassungen, die Landesgesetze und die Landespolitik weiterhin der freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland entsprechen müssen. Und bei groben Rechtsverletzungen von AfD- Landesregierungen kann der Bundeszwang, wie er in einem Artikel 35 Grundgesetz beschrieben ist, ausgeübt werden. Und das heißt, die Bundesregierung entsendet mit Zustimmung des Bundesrates Staatskommissare nach Dresden, nach Erfurt, nach Potsdam, welche dort von den Ministerien oder von der Staatskanzlei aus das Geschäft des Regierens übernehmen. Umstritten ist unter Juristen, ob es dafür auch noch eine Entscheidung oder ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes braucht oder nicht. Die Anschlussfrage lautet dann, und was geschieht, was geschieht, wenn man im Land Sachsen, das von der AfD regiert wird, einem solchen Staatskommissar nicht gehorcht und sagt, jetzt ist Artikel 20 4 Widerstandsrecht angesagt. Naja, dann haben wir tatsächlich das Meisterstück fertiggebracht, uns in eine Situation schlimm formuliert des Bürgerkrieges hineinzumanövrieren und alle jene, die durch Tun oder Lassen es auf diese Lager hinschlittern lassen, denen kann man bloß, süffisant gesprochen, ein großes Bravo zurufen, denn all das hätte sich vermeiden lassen. Das war aber jetzt sozusagen der schlimmste Fall, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht eintritt. Im zu erwarteten ostdeutschen Normalfall wird im Herbst die AfD die stärkste Landtagsfraktion. Und dann wird es mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn sich das numerisch, rechnerisch irgendwie machen lässt, zu Altparteienregierungen gegen die AfD kommen. Die werden eingegangen, diese Altparteienkoalitionen oder Tolerierungsbündnisse mit dem Argument, damit setze man ein Zeichen und sichere die Demokratie gegen die Extremisten Populisten wie auch immer von der AfD. Tatsächlich werden solche Altparteienkoalitionen die AfD aber weiter stärkern. Gedankenstrich dann, wenn die AfD weiterhin mit gewissem Erfolg sich bemüht, Fehler zu vermeiden, die sich bei ihrem Parteitag immer wieder im Überhandnehmen demagogische Reden und im Beschädigen von realpolitischen Politikern oder realpolitisch gesonnenen Politikern geäußert haben. Was in Esten wie jeder weiß diesmal anders war. Vielleicht aber, wenn die AfD die stärkste Landtagsfraktion ist, die stärkste Landtagsfraktion ist und die CDU eben die zweitstärkste, vielleicht kommen dann aber bei AfD und CDU mehr Leute als bislang auf die Idee, dass man doch einen Weg suchen müsste, bei dem im Lauf der Zeit CDU und AfD als die zwei nicht nicht linken Parteien unseres Landes eben doch noch zu einer konstruktiven Zusammenarbeit kommen könnten. Das gilt zwar als ganz übel, weil der Brandmauern eingerissen werden und sozusagen der AfD der Weg in die Staatskanzlei geöffnet würde, aber ich habe schon beschrieben, dass der Wähler ohnehin nicht daran gehindert werden kann, wenn er in fünf Jahren dann sagt, jetzt haben wir es nochmal versucht, im Guten, jetzt müssen wir die AfD mit absoluter Mehrheit ausstatten. Also wer das begreift, der wird erkennen, dass genau alle die Leute, vorankommen auf einem Weg, der die AfD zu einer normalen politischen Kraft in diesem Lande macht, dass alle Leute diesen Weg fördern sollten, welche von der AfD, wie sie heute ist, Gefahren für unsere Demokratie ausgehen sehen. Machen wir dritte Möglichkeit ein Denkspiel, womöglich unreal, vielleicht aber doch halbwegs real. Man stelle sich vor, etwa im Freistaat Sachsen, SPD, FDP ohnehin und Grüne fallen aus dem Landtag heraus, weil sie an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Im Landtag haben wir die stärkste Partei AfD, zweitstärkste Partei CDU, drittstärkste Partei BSW. Und dann stellen sie sich vor, dass AfD und BSW einen Weg finden, eine Koalitionsregierung zu machen, um die von der AfD abgelehnte, für AfDler verhasste CDU-Regierung abzulösen. Das wäre ziemlich apart angesichts der Tatsache, dass gerade falsche CDU-Politik am Starkwerden der AfD schuld ist. Es ist freilich zu bezweifeln, dass solche Regierungen lange hiltern und bei anschließenden Neuwahlen würden sie bestraft werden. In diesem Fall würde auch die AfD vermutlich bestraft werden, dass sie sich tatsächlich auch beim Bündnis Sarah Wagenknecht weiterhin tätigen Kommunisten eingelassen haben. Was wahrscheinlich ist, viertens, das sind schwierige Koalitionsbildungen, bei denen die Union in Koalitionen mit SPD, mit Grünen, mit Bündnis Sarah Wagenknecht, vielleicht gar wo es sie dann noch gehen wird, mit den Linken, die AfD einstwahlen von der Macht fernzuhalten versuchen. Aber in solchen Koalitionen wird man anschließend weiterhin nichts von jenen grundlegenden Problemen lösen können, insbesondere im Bereich von Migration und Integration, deretwegen die AfD überhaupt zu stark geworden ist. Und das heißt im Klartext, es drohen unsere Demokratie durchaus Turbulenzen im nächsten Herbst und nach der Bundestagswahl wohl auch. Aber schauen Sie, ein Flugzeug stürzt auch nicht schon deswegen ab, weil es in Turbulenzen gerät. Das kann ein sehr unangenehmer Flug werden, wo man einmal zwei Meter absackt. Aber der Absturz muss nicht da sein. Infolgedessen meine ich, dass auch diese üblen Turbulenzen unserer Demokratie nicht gefährden werden, aber sehr wohl zu einer bleibenden Erfahrung ihres schlechten Funktionierens werden können. Und wenn man das Erlebnis hat, dass Demokratie nicht gut, sondern eher schlecht funktioniert, das kann dann auf die Dauer das Vertrauen in den Wert von Demokratie ausfranzen, erodieren lassen. Es werden aber einige jahrzehntelang noch bleibende Schäden bleiben. Die sind jetzt schon eingetreten und sie werden nicht verschwindern. Und zu diesen jahrzehntelang bleibenden Schäden für unsere Demokratie gehört auf der einen Seite jene ganz unversöhnliche Polarisierung zwischen den Anständigen im Lande und den Unanständigen, zwischen den Wokern und den Reaktionären, zwischen denen, die Demokraten sind und jenen, die Rechtsextremisten sind. Sie haben gemerkt, dass ich die Begriffe in Anführungsstrichen gesprochen habe, was immer bedeutet, dass sie nicht ganz zum Nennwert zu nehmen sind. Diese Polarisierung ist jetzt schon da. Ich habe sie in ihren Folgen für Koalitionsbildungen und Regierungsbildungen ja gerade auch noch einmal auf der Landesebene auszieseliert und Demokratie, die sich polarisiert, die ist wirklich in schwierigen Verwässern. Demokratien müssen von der politischen Mitte aus regiert werden. Einmal mit Akzenten nach links, einmal mit Akzenten nach rechts, wenn man es in den alten Begriffen sagen will. Aber eine Demokratie, die wie kommend in Frankreich ein starkes rechtes Lager, ein starkes Linkeslager und wenig in der Mitte hat, die ist tatsächlich ziemlich krank. Und diese Krankheit wird, weil sie ja auch schon eingetreten ist, so schnell nicht vergehen, zumal sich inzwischen sowohl die Anständigen in ihrer moralischen Überlegenheit eingehaust haben und aggressiv geworden sind, wie alle Menschen, die besser sind als andere. Und die Rechten haben das mit ihrer Verhärtung und Aggressionen gegenüber dem Status Quo inzwischen auch getan. Zu den jahrzehntelang bleibenden Schäden gehört ferner die Vergiftung unseres öffentlichen Diskurses und unseres politischen Gesprächsklimas. Das Wissen darum, welche Argumente man nicht verwenden darf, wenn man sich nicht auch unfair angreifbar machen will. Das Wissen darum, welche Begriffe man nicht verwenden darf oder allenfalls in ironischer Brechung unter Gutgesinnten bringen kann. Das alles lässt politische Debatten ausfallen. Das alles führt dazu, dass viele Leute streitiges politisches debattieren, gerade über herausfordernde Probleme, gar nicht mehr lernen. Und das führt zum dritten noch jahrzehntelang bleibenden Schaden. Das ist die Radikalisierung von jungen Leuten in biografische Sackgassen hinein. Auf der Linken ist es unübersehbar und auf der Rechten auch. Aber wenn sich Leute in biografische Sackgassen hinein radikalisiert haben, winkt nach einigen Jahren, nach 10, 15 Jahren Terrorismus, wie wir ihn hervorgehen aus der Studentenrevolution von 1968 in Gestalt der RAF besichtigen konnten. Und mir scheint, dass diese letztgenannten Gefahren für unsere Demokratie Polarisierung, Vergiftung des öffentlichen Diskurses, sich abzeichnende Radikalisierung jungen Leute jetzt schon gar nicht mehr abzuwenden sind. Und im Übrigen, und das ist eine noch schlechtere Nachricht, gibt es systematische Gefährdungen unserer Demokratie, die einfach aus den veränderten Zeitumständen resultieren, die sie nicht abschaffen lassen. Herausforderungen, Gefährdungen, mit denen man im Weg von Versuch, Irrtum und Lernen aus dem Bewährten umgehen muss. Und im Vorhinein weiß man nicht, was von dem, was man versucht, sich bewähren wird. Und hier sind mindestens vier Probleme knapp anzusprechen. Das erste Problem ist der Verlust der Anziehungskraft politischer Parteien und ihrer Bindekraft. Parteimitgliedschaft ist überhaupt nicht mehr sexy. Deswegen gewinnen die Parteien auch relativ wenige Mitglieder und ob sie immer die richtigen Mitglieder gewinnen. Das werde ich im nächsten Schritt noch thematisieren. Und die Bindekraft politischer Parteien ist auch dahin. Das nennt sich im Fachbegriff die Volatilität des Wahlverhaltens. Einmal wählt man die Partei, einmal die andere. Die Stammwählerschaften haben sich weitgehend aufgelöst. Milieubindungen haben sich aufgelöst. Es geht nach dem, was eben gerade sozusagen angesagt ist, in ist, als sozusagen Maßnahme des Aufbegehrens oder eines aufgezwungenen Politikwechsels gerade gilt. Und das macht es natürlich auch für Politiker in den Parteien schwierig, einen vernünftigen politischen Kurs zu halten, weil man sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass Leute sagen, ob das, was die Parteiführung jetzt gerade in Regierungsverantwortung durchsetzt, wirklich das Gelbe vom Ei ist, weiß ich nicht. Aber ich werde trotzdem nicht die bisherige Partei im Stich lassen, die sie ja in so vielen Fällen bewährt hat. Also, dass die politischen Parteien so schwach geworden sind und so bindende unfähig geworden sind, das ist wirklich eine Turbulenz in unserer Demokratie, die uns nicht gut tut. Dann haben wir zweites Problem, jetzt schon und in Zukunft gewiss weiterhin Fehlanreize für die Rekrutierung von tüchtigen Leuten, von lebenserfahrenen Leuten, die in die Berufspolitik gehen würden. Irgendwelche Leute, die Politiker werden wollen, die gibt es schon. Da gibt es keinen Mangel. Ich meine dann schnell mal trotz Nachtflugverbot von Frankfurt nach Luxemburg zu fliegen, wer würde das nicht gerne machen, wenn er davor ein Fußballspiel sehen kann. Also, dass man irgendwelche Politiker bekommt, ist nicht das Problem. Aber ob man die Politiker bekommt, die man bräuchte mit Lebenserfahrung, mit eigenem Stand im Leben, die was von der Welt gesehen und was vom menschlichen Leben mitbekommen haben, das ist dann nicht mehr so. Man kann sie auf die Karikaturformel bringen, dass wir jetzt politische Karrieren haben, die vom Kreißsaal über den Hörsaal in den Plenarsaal führen, wobei der Hörsaal in der Regel nicht bis zum Ablegen einer Universitätsprüfung abgesessen wird, sondern Studienabbrecher bauen sich rechtzeitig den Weg in die Politik auf und meinen dann, dass das Amt eines Landtagsabgeordneten nach 20 Jahren politischer Tätigkeit für sie nicht mehr ausreicht. Sie müssen dann mindestens Minister oder sonst was werden. Es gäbe ein Mittel, das sind Vorwahlen für sämtliche Parlamentsmandate, wo dann auch solche Leute eine Chance hätten, die nicht jung sind, die nicht blond sind und weiblich sind und sich folglich, weil es überall an Frauen zu fehlen scheint, außer bei den Grünen, leicht durchsetzen können. Aber das ist ein anderes Thema, das ich jetzt nicht vertiefen will. Wir haben als drittes Problem die Selbstbezüglichkeit dessen, was man nennen kann, den medialpolitischen Komplex oder auch den politisch-medialen Komplex. Also das Zusammenwirken von Politikerschaft, die auf Wahlerfolge angewiesen ist und Medien, die ja sozusagen nicht nur eine politische Mission sich häufig zuschreiben, was sich anwaltschaftlicher Journalismus nennt, sondern die auch Freude daran haben, wenn sie Themen setzen und die Themen, welche eigentlich von der Politik zu setzen wären und auch notwendig wären, doch bequemere Themen ablösen können. So hebt dann die politische Klasse, weil sie sich bemüht, bei Journalisten gut angesehen und kommentiert zu werden, so hebt die immer wieder von dem ab, was mehr in der Bevölkerung wollen. Schauen Sie, wie viele in Deutschland brauchten wirklich das sozusagen gendermäßige Selbstbestimmungsgesetz, wie viele brauchten wirklich die Freigabe von Cannabis, wie viele brauchen wirklich die und jene politischen Maßnahmen. Aber innerhalb des politischen Medialkomplexes wird eine bestimmte Idee attraktiv und dann hat man eine Mehrheit und sitzt in Koalitionsverhandlungen zusammen und sagt, jetzt haben wir doch die Möglichkeit, das, was wir eigentlich schon wollten, durchzusetzen und dann wird es gemacht, dann wird durchregiert, ohne sich um die Bevölkerung zu kümmern. Die Folge sind dann eben Protestwahlen, das innerliche Kündigen gegenüber einer politischen Klasse, die sich so verhält und auch der Auszug aus den bislang etablierten gemeinsamen Medien. Und das bringt mich zum vierten dauerhaften Problem, das ist der Zerfall öffentlicher Meinung, der Zerfall von gemeinsamen Wissensbeständen durch den Glaubwürdigkeitsverlust von etablierten Medien. Wenn Leute eben nicht mehr Tagesschau und heute und so weiter gucken, wenn Leute nicht mehr Leitmedien wie Die Zeit, die FAZ, die Süddeutsche Zeitung oder sowas lesen, wenn sie stattdessen im Internet an ihre Wohlfühlorte gehen, wo sie genau das lesen und hören, was ihrer bislang gebildeten Meinung entspricht, dann ziehen immer mehr Leute in Meinungshöhlen ein und bekräftigen ihre Sichtweisen in Echokammern und ziehen aus diesen selbstbezüglichen Anstalten eigentlich nur aus, um sich in kommunikative Kriege mit den Bewohnern von anderen Meinungshöhlen einzulassen. Das ist nicht das, worauf Demokratie gegründet sein kann. Demokratie braucht den Streit um gemeinsam bekannte Probleme als verbindendes Element. Nicht das Ausgrenzen von Andersdenkenden und nicht das Sich-Beschränken auf das, was man gerne hört, hält eine demokratische Gesellschaft zusammen, sondern nur das Kennen der Positionen des Gegners, der Streit mit dem Gegner, bei dem man entweder ihn von seinen Irrtümern abbringt oder selbst von eigenen Fehleinschätzungen abgebracht wird. Aber all das ist derzeit nicht modisch, ist derzeit nicht das, was praktiziert wird und entzieht folglich der Demokratie einen wichtigen Teil ihrer Voraussetzungen. So, das wären nun die Gefährdungen unserer Demokratie, die unterhalb der Oberfläche der kommenden Wahlergebnisse und Schwierigkeiten bei der Regierungsbildung, insbesondere im Osten, liegen. Damit zu den kurzen Schlussbemerkungen. Was kann man tun? Substantiell ist es notwendig, das Migrationsproblem zu lösen, das Integrationsproblem zu lösen, unsere Energiepolitik wieder nachhaltig und bezahlbar zu machen, das Wettbewerbsproblem der deutschen und der europäischen Volkswirtschaft in Griff zu bekommen und unsere Sicherheitsprobleme zu lösen durch eine realistisch entschlossene Politik, die dann eben auch bei der Finanzierung von militärischer Sicherheit das, was an einer Stelle ausgeben will, an anderer Stelle einsparen muss. Und methodisch, weil diese substanzielle, das kann nur die Politikerschaft machen, der wir nicht angehören, bei der wir lediglich sozusagen mit Argumenten vorstellig werden können, im Wissen, dass sie in der Regel nichts nutzen. Methodisch kann ein jeder folgendes machen, zumindest in seinem persönlichen Kreis und ankündigen, dass genau das die richtige Verhaltensweise wäre. wir müssen unser Vertrauen in die Vernünftigkeit der Prinzipien pluralistischer Demokratie wieder neu entdecken und kultivieren und ausleben. Und zu den Prinzipien pluralistischer Demokratie gehört, dass offener Streit, nämlich Streit mit Gegnern natürlich, dass offener Streit viel besser ist als jede Form von Cancel Culture, als jede Form von Ausgrenzung. Politische Gegner hat man in offener Feldschlacht zu besiegen. Das heißt, auf Poden, in Fernsehsendungen vor großem Publikum, im Persönlichen gegenüber und nicht dadurch zu versuchen, aus dem Verkehr zu ziehen, dass man sie verbieten, polizeilich framern und weiß der Teufel, was mit ihnen anstellen lässt. Und zum Anderen muss man begreifen, dass in einer freiheitlichen Demokratie es sozusagen zwei Sektoren des Politischen gibt. Im technischen Begriff den streitigen Sektor und den nicht streitigen Sektor. Der eine Bereich sind alle Inhalte, über die gestritten werden kann und darf und soll und das andere ist das, worüber nicht gestritten werden kann, darf und soll. Der nicht streitige Sektor, der sogenannte Minimalkonsens, muss kleinstmöglich sein. Minimalkonsens meint Konsens über Werte, wie sie im Grundgesetz präzise beschrieben sind. Minimalkonsens meint Verfahrenskonsens und hier ganz konkret Gewaltfreiheit, dass der Konsens, dass Politik gewaltfrei oder politischer Streit gewaltfrei ausgetragen werden muss, dass der inzwischen weitgehend verschwunden ist, hat auch der letzte Wahlkampf gezeigt. Und es braucht einen Ordnungskonsens. Was sind die Institutionen, was sind die Arenen, mit denen oder vor denen oder auf denen Streit ausgetragen werden muss? Aber das muss möglichst eng umschrieben sein. Und alles andere, was nicht gerade der Menschenwürde widerspricht oder was eben nicht gewalttätig ist, all das muss möglich sein. Der streitige Sektor darf keine Tabus umfassen und muss alle aktuellen politischen Probleme abdeckern. Und Tabu, noch einmal, ist nur der Minimalkonsens über Werte, Gewaltfreiheit und die angemessenen Arenen, auf denen gestritten wird. An dieser Stelle haben wir auch vieles eingebüßt von dem, was ehedem zumindest, ohne dass es auszusprechen war, politisch selbstverständlich gewesen ist. Und nur wenn wir im methodischen Bereich praktiziertes Vertrauen in die Prinzipien pluralistischer Demokratie und im substanziellen Bereich Lösung von Migration, Energie, Wettbewerbs, Sicherheitsproblemen, nur wenn wir da unsere Aufgaben erledigen, nur dann wenden wir die langfristigen Gefahren für unsere Demokratie ab. Die kurzfristigen muss man ernst nehmen, aber von denen muss man sich nicht einschüchtern lassen. Hysterie ihnen gegenüber ist nicht angebracht. Die langfristigen Probleme sind die wichtigen und da hilft nur Einsicht, Persönlicher Mut im eigenen Wirkungskreis und ewige Geduld, denn von heute auf morgen und übermorgen und fürs nächste Jahr lässt sich hier kaum etwas bewirken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.